Hallo, mein Name ist WS Kierkopf, ich bin 15 Jahre alt und bin Torhüter. Meine bisherigen Vereine waren der SC Geisling, die VfL Kirchheim, VfL Stuttgart und die SV Stuttgarter Kickers. Meine persönlichen Ziele sind, mich fußballerisch weiterzuentwickeln und die Ziele mit der Mannschaft in der Saison sind, dass wir den Klassenerhalt schaffen.